Zu Ihrer eigenen Sicherheit sind Sie verpflichtet, sich anzuschneiden, wenn immer Sie sich an Ihrem Sitzplatz befinden. Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie die oberen Gepäckerblagen öffnen, denn Ihr Handgebäck könnte verrutscht sein und leicht herausfallen. Wir möchten Sie an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass dieser ein reiner Nichtraucherflug ist und auch das Rauchen in unseren Waschräumen nicht gestattet ist. Unsere Waschräume sind mit Wickeltischen für Kleinkinder und Rauchdetektoren ausgestattet.